Tja, Misha, ich hab's dir doch gesagt, die Regierung hat euch alle voll verarscht. Guckt dir das mal an. Die Hälfte der Patienten im Krankenhaus ist gegen Corona geimpft. Gut, dass ich mir nicht dieses Gift geben lassen hab. Das wirkt ja sowieso nicht. Hä, was meinst du? Die Grafik zeigt doch eindeutig, dass diese Impfung super vor einer Hospitalisierung schützt. Wie die schützt? Im Krankenhaus liegen doch zu einer Hälfte die Geimpften und zu der anderen Hälfte die Ungeimpften. Wo schützt ihr denn bitte? Ah, jetzt verstehe ich, wo das Missverständnis liegt. Nur weil im Krankenhaus zwei Patienten zum Beispiel geimpft sind und die anderen zwei Patienten ungeimpft sind, bedeutet das nicht, dass die Impfung nicht wirkt. Du begehst nämlich einen sogenannten Prävalenzfehler. Du darfst die Impfquote nicht einfach außen vor lassen. Die liegt nämlich aktuell bei den über 60-Jährigen bei fast 90%. Das bedeutet, dass von 100 Personen 90 geimpft sind und 10 ungeimpft. Denn wenn jetzt zwei Personen aus der Gruppe der Geimpften so stark erkranken, dass die in die Klinik müssen, und aus der Gruppe der ungeimpften zwei Personen erkranken, die in die Klinik müssen. Das kann dann in der Klinik den Anschein erwecken, dass die Patienten zu gleichen Anteilen darliegen und demnach die Impfung nicht wirkt. Dieses Bild ist allerdings unvollständig, denn du musst immer die Impfquote mit berücksichtigen. Denn wenn man die Impfquote mit betrachtet, sieht man ganz schnell, dass von den Ungeimpften sehr viel mehr Menschen im Krankenhaus landen. Nämlich 2 von 10, das sind 20%. Und bei den Geimpften sind das gerade mal 2 von 90. Und das sind 2,2% in etwa. Die Impfung schützt also sehr wohl. Du musst einfach bedenken, dass wenn irgendwann in Deutschland 100% der Menschen durchgeimpft wären, auch nur noch Geimpfte im Krankenhaus liegen könnten. Würde die Impfung unter denselben Bedingungen tatsächlich nicht wirken, würden wir ein ganz anderes Bild in der Klinik sehen. Wir würden auf der einen Seite weiterhin die 2 Personen sehen, die ungeimpft sind. Auf der anderen Seite würden wir allerdings bei den Geimpften ganze 18 Personen in der Klinik haben. Ich hoffe, dass ich mit diesem Beitrag das ein oder andere Missverständnis endlich aus dem Weg räumen konnte. Falls du weitere Fragen zu den Themen Wissenschaft oder Medizin hast, dann stell sie mir in die Kommentare. Du kennst jemanden, der regelmäßig einen Prävalenzfehler begeht? Dann teil doch das Video mit ihm. Und falls du mehr Videos zu solchen Themen sehen willst, dann abonniere meinen Account. Bis dann.